Die folgenden Informationen sind geheim. Ihr Flügel wird beim Erstflug der Cerberus die Eskorte und die taktische Sicherung übernehmen. Patrouillieren Sie diese Flugstrecke. Die Cerberus wird mithilfe ihrer Navigationssystemdaten ihre Jump-Software kalibrieren. Hier ist die TCS Cerberus. Herzlich Willkommen, Lieutenant. Willkommen zur Party. Hier geht's heiß her. Hier kommen wir und bringen alles in Ordnung. Das tut müden Augen gut. Ich hab das Gefühl, die sind noch nicht mit uns fertig. Zerberus, ihr Flügel Alpha. Wir haben Kontakt mit Außerirdischen. Wiederhole, haben Kontakt mit Außerirdischen und stehen im Gefecht. Machen Sie nicht, dass das Hecht ist vorbei. Ich werde am Ende nicht umlassen. Mein Flügel lösen und angreifen. Verstanden? Komm schon, Kakerlake. Nicht schlecht, Irgendling. Jedenfalls haben wir einige feindliche Schöpfe hier. Ich werde nicht mehr auf die Schöpfe hier. Das ist ein Mensch. Alle Feinde vernichtet. Mein Flügel sofort in Formation. Piloten, weiter mit der Patrouille. Wir werden eine Nachricht an das Konföderationshauptquartier schicken. War wohl eine Langstreckenpatrouille. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die Insekten einen Träger so tief im konföderierten Gebiet haben. Die Mocken verliehen uns, Casey. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Idiotische Insekten. Feiglinge. Kämpf doch. Mir entkommt hier nicht ihr Steckkäfer. Mein Flügel lösen und angreifen. Warte nur, was ich mit dir mache. Warte nur, was ich mit dir mache. Fox One! Die Ersatz! Nicht schiefst, Junge. Ich wette, du stirbst vor mir. Du verstehst deine Vorsehung nicht. Ich wette, du schiefst. 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 Alle Feinde vernichtet. Gute Arbeit, Piloten. Einsatz abgeschlossen. Alpha 1, benötige Landeerlaubnis. Nicht schlecht. Sie haben Landeerlaubnis.